Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, José Mourinho wird im russischen Fernsehen, die Champions League analysieren, Urheberrecht, Getty Images, 11. Februar 2019, 15.37 Uhr, José Mourinho wird TV-Experte im russischen Startsender RT. Der ehemalige Trainer von Manchester United erhält seine eigene Show. José Mourinho hat einen neuen Job. Der Portugiese wird TV-Experte im russischen Startsender RT. Der Star-Trainer werde seine eigene Show erhalten, gab der Sender am Montag bekannt. In An der Seitenlinie mit José Mourinho wird der 56-Jährige erstmals am 7. März die Spiele des Champions League-Achtelfinales analysieren. Mourinho wird die Champions League-Spiele der Woche analysieren und die größten Gesprächsthemen in der Welt des Fußballs diskutieren. Die Show läuft bis zum Finale der Champions League am 1. Juni in Madrid. Für The Special One besteht damit die Möglichkeit, seinem ehemaligen Team Manchester United ordentlich auf die Finger zu schauen. Der Premier League-Club trifft im Achtelfinale der Königsklasse auf Paris Saint-Germain mit Trainer Thomas Tuchel. DAZN gratis testen und das Champions League-Top-Spiel Tottenham Dortmund mit Experte per Mertes Ackerleif. Bei Manchester United wurde er im Dezember nach zweieinhalb Jahren entlassen. Seit seinem Abschied fuhr United unter der Regie des neuen Team-Managers Ole Gunnar Solskjaer in elf Spielen zehn Sieger ein. Besonders der unter Mourinho oft kritisierte Paul Pogba blühte unter dem neuen Coach regelrecht auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017